Hallo YouTube-Heads, willkommen zu dieser wunderschönen Reaction. Schaut gerne auf Twitch vorbei, zweiten Link in der Beschreibung, Appetit-Kanal. Wir brauchen 2000 Abos dieses Jahr, nee, diesen Monat noch, nee, dieses Jahr, nee, 5000 Abos dieses Jahr. Also abonnieren, liken und wir gehen rein in das Video von Jasmin Gnu. Liebe Brüste, es tut mir leid, ich bin sehr gespannt, weil ich habe keine Brüste und deswegen können mir meine auch nicht leid tun, aber vielleicht tun uns ihre Brüste ja leid. Ein Begriff an deinem Körper kann dir Selbstvertrauen und Wohlbefinden geben, aber auch etwas nehmen. Das beste Beispiel dafür sind meine unterspritzten Lippen, die ich mit 22 Jahren aufspritzen lassen habe. Und die drei bis vier Jahre dann übrigens so aussahen. Auch die Höhle Rohnsäure in meinem Gesicht ist mit der Zeit immer mehr und mehr verlaufen. Ein am Anfang also sehr zufriedenstellendes Ergebnis hat sich mit der Zeit also negativ verändert. Die gleiche Erfahrung musste ich damals übrigens mit meinen Brüsten machen, obwohl diese eigentlich immer mein Lieblingskörperteil waren. Das klingt jetzt sehr widersprüchlich, ich weiß, aber ich war damals ein sehr unsicherer Mensch, da eine meiner Brüste Sie sieht aus wie, ähm, ein Avril Lavigne-Fangirl, sag ich. ...größer war als die andere. Und ja, das ist bis zu einem gewissen Grad auch normal, bei mir war es aber schon deutlicher als bei anderen. Ich entschied mich also für ein Lipo-Filling, welches ich heute nicht mehr machen würde. Vor dem Lipo-Filling habe ich etwas gemacht, das... Ifteli, 10 Minuten Timeout für respektlose Kommentare. ...heute gar nicht mehr erlaubt ist und selbst der Arzt, der es damals durchgeführt hat und... Und letzte Chance, nächstes Mal Permabann. ...mir versichert hat, dass es harmlos sei, bietet es heute selbst nicht mehr an. Aber dazu gleich mehr. Über den Daumen... Okay, das ist schon mal ein schlechtes Zeichen, sag ich. Nach oben würde ich mich sehr freuen über ein Abo auch und deine Meinung rund zu dem Thema und vor allem auch, was die Männer zu dem ganzen Thema sagen. Schick dieses Video also gerne jemanden, der sehr unzufrieden ist mit seiner Oberweite und momentan struggelt. Wenn du also gerade an dem Punkt bist, dass du immer wieder darüber nachdenkst, etwas an deiner Oberweite zu ändern und dir unsicher bist, dann schau auf jeden Fall dieses Video. Denn du wirst... Und lasst euch immer Zeit. No joke, ich glaube bei Brüsten und bei OPs, die Leute, die überstreben das immer, oder? Also, ich habe das Gefühl, die Leute, wenn die sich entscheiden, das zu machen, die machen das dann innerhalb von zwei Wochen fertig. Lasst euch mal ein halbes Jahr Zeit und guckt mal, wie sich das so entwickelt. Wirst sonst wie ich genau das hier durchleben? Girl, don't do it, it's not worth it. I'm not gonna do it, girl. I'm just thinking about it. 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 Wie teuer ist so ein Brustimplantat einfach nur zum Haben, weil ich glaube, das ist schon geil, so da reinzugreifen, wisst ihr? Also, für mich jetzt. Ist das teuer? I'm just thinking about it. I'm just thinking about it. I did it. Falls du also unter zu großen Brüsten leidest und diese eventuell straffen möchtest. Jedes Mal, wenn ich einen BH anziehe, das heißt, jedes Mal, wenn ich nach draußen gehe, weil ohne geht es auch nicht, das tut auch weh, habe ich in irgendeiner Form Schmerzen, wenn auch nur leichte. Oder sie eventuell zu klein findest. Also, ich mochte meine Form, ich mochte die Größe, wie ihr schon vorhin gehört habt. Ich wollte ja gar nicht unbedingt Riesenbrust haben. Ja, aber er hat dann tatsächlich gesagt, ich habe nächste Woche noch einen Termin frei. What? Und so kam es dann. So was niemals, niemals drauf eingehen. Bitte nicht. Dass ich das irgendwie komplett überstürzt habe. Dann bist du hier genau richtig. Denn wir sprechen heute über alle möglichen Arten von Brüsten. Seien es große, kleine, ungerade, hängende, pralle und viel mehr. Ich habe mit vielen Menschen über die Jahre... Junge, meinst du das ernst? Ich habe meine Brüste in Japan vergrößert und bereue es nicht. Die Kosten hat mein Sugar, der die übernommen und ihm gefällt. Ist das jetzt so ein Joke oder meinst du das ernst? ...und auch zu diesem Thema über das Thema Brust-OPs und Brüste im Allgemeinen gesprochen. Denn dieses Video soll dir helfen mit allen Vorteilen. Ich muss sagen, ich bin zufrieden mit meinen Implantaten. Ich bin zufrieden mit der Größe und auch wie die OP abgelaufen ist. Es ist zum Glück alles gut gegangen bei mir. Aber auch mit allen Nachteilen, die ein Eingriff mit sich ziehen kann, auseinanderzusetzen. Meine Brüste sind teilweise taub. Also ich spüre teilweise gewisse Stellen an meinen Brüsten nicht mehr. Es kommt jetzt was ganz Wildes. Aber kann ich ein bisschen nachvollziehen, weil ich hatte ja eine Knie-OP vor 5 Monaten circa. Nicht ganz, aber knapp. Und ich habe auch... Mein Knie ist auch taub immer noch. Also natürlich ist es was anderes als Brüste, aber das Gefühl wird ähnlich sein. Weil ich drücke da drauf und es fühlt sich einfach nicht an, als würde ich gerade draufdrücken. So nur ganz leicht und an anderen Stellen dann wieder ganz normal. Der Typ vergleiche ich nie mit Brüsten. Hä, ist doch beides ein Körperteil. Man muss ja nicht alles immer sexualisieren. Jetzt mal allein als Körperteil und Körperteil an den Dings, kann ich das halt verstehen, wie es sich anfühlt, wenn man auf eine Haut drückt und man spürt es einfach nicht so richtig oder es kribbelt so ganz leicht. Also es ist wirklich, es fuckt schon ein bisschen ab. Aber es ist natürlich jetzt nicht das Allerschlimmste. Es gibt natürlich noch viel schlimmere Sachen, die da passieren können. Aber dazu später mehr. Und im besten Fall führt das Video dazu, dass du nach diesem Video deine Brüste mehr annehmen kannst. Boah, ich liebe Muschelketten. Bitte, Frauen auf dieser Welt, holt euch doch Muschelketten. Meine Fresse. Außer wir sprechen hier natürlich von einem Krankheitswert. Und wie gesagt, das ist kein Video, in dem ich Brustoperationen verteufel. Mit dem heutigen Video werde ich auch aufhören, mich persönlich zu bescheißen. Denn mein Wunsch war immer, hier reinzupassen. Ein sehr, sehr großer BH, wie wir sehen, in den ich nicht reinpasse. Und den ich oft getragen habe, weil ich mir dachte, ja, das sieht doch besser aus. Aber ich möchte mit dem heutigen Video auch einfach mal zu meinem Körper und mir selbst stehen. Und deswegen werden wir diesen BH heute zusammen eliminieren. Alter, den hätte man doch Vintage verkaufen können für locker 10 Euro. Freedom! Nach dem Video so schnell wieder zusammennähen. So, und das Ganze tragen wir jetzt dann heute so. Ja, weg damit. Wichtig, bevor ich mit diesem Video anfange. Da ich keine Ärztin bin, wurde ich von einem Oberarzt der plastischen Chirurgie eines Krankenhauses bei diesem Video unterstützt. Denn er operiert all diese Arten von ÖPs bereits seit vielen, vielen Jahren. Außerdem ist mir umso wichtiger, dass ihr aufpasst, welche Menschen da draußen im Internet sich euch als Ärzte präsentieren. Kontrolliert also, ob es wirklich Ärzte sind, wie viel Praxiserfahrung sie haben. Und holt euch auf jeden Fall die Meinung von mehreren Ärzten ein. Und ich weiß, dieser Aufwand ist mühsam, aber es ist definitiv besser. Und geht nicht irgendwo nach Usbekistan und macht euch auf Chillig mal so ein Implantat rein für 250 Euro und ein Ayran. Also, ja. Als sich einfach nur online beraten zu lassen, setzt euch vor allem auch mit dem Lebenslauf des Arztes oder der Ärztin auseinander, die euch operieren soll. Denn am Ende wollt ihr ja sicherlich von einem Profi operiert werden und nicht von jemandem, der nur in der Medizin tätig ist, mit dem Bereich aber gar nichts zu tun hatte. Und beispielsweise, wie dieses Beispiel hier zeigt, ein Hausarzt war. Ich verlinke euch nochmal diese drei Links unten in der Beschreibung. Die könnt ihr euch gerne anschauen, da steht nochmal alles rund um das Thema drin. Denn eure Gesundheit ist euer wertvollstes Gut und deswegen müsst ihr gerade darauf besonders Acht geben. Und deshalb solltet ihr auch mit Versicherungen rund um eure Gesundheit nicht leichtfertig umgehen. Denn wie wir alle wissen, läuft im Leben nicht immer alles wie geplant. Und wenn es zu einem Schicksalsschlag kommt, sollten wir alle gut abgesichert sein. Wie zum Beispiel mit Clark. Clark ist der Sponsor dieses Videos und eine Gruppsunterrichtung noch ein Besschen. 90 Euro, das ein Hinweis für euch ist also ein Makler-Hub. Zeit auszupacken. Ich erzähle euch über meine Dummheiten und warum ich das nie wieder tun würde. Ich weiß ehrlich gesagt heute genau, wie das alles eigentlich zustande kam. Und das ist auch das Traurige an der ganzen Sache. Als ich damals in meinem Hyaluronsäure-Wahn war mit größeren... Bro, wie sie aussieht! Traurige an der ganzen Sache. Als ich damals in meinem Hyaluronsäure... Sie sieht 1 zu 1. Ich fass es nicht. Sie sieht 1 zu 1. Wirklich... Wirklich 1 zu 1 wie die Zwillingsschwester aus. Wie... Michelle aus Skins. Aber auch wirklich 1 zu 1. Halt die Fresse, Alter. Das ist sie doch. Sie hat das gespielt. Oh mein Gott, wer das nicht sieht, komplett lost. Also wirklich, mehr Ähnlichkeit kann es nicht geben. ...waren warm mit größeren Lippen und überall Hyaluronsäure und sonstigem Mist. Kam auch immer mehr der Wunsch zu einer größeren Oberweite. Und bei mir war das jetzt nicht speziell durch die Medien wie Werbung und irgendwelche Serien. Sondern bei mir kam tatsächlich dieser Wunsch auch bereits schon als junges Mädchen auf. Geprägt durch die Animes und Videospiele. Und wie teilweise unrealistisch und selten diese Figuren sind, zeigt auch das Beispiel von Angelina Jolie. Die damals die Hauptrolle von Lara Croft übernommen hat und die selbst schon eine sehr... Ganz kurz Chat und YouTube-Kommentare. Einmal eure Meinung zu folgender Frage. Warum lassen sich Männer im Schnitt deutlich, deutlich weniger operieren als Frauen? Woran liegt das? Dass Frauen sich Lippen, Brüste, Fett, Absaugung und so weiter so viel im Schnitt mehr operieren lassen als Männer. Würde mich mal interessieren, was ihr da für einen Grund habt. Weil das ist auf jeden Fall spannend. Natürlich große Brust hat, sich für den Film selbst aber nochmal den BH ausstopfen musste. Diese also sehr schlanken Frauen mit überproportional großen Brüsten wurden in diesen Videogames und Animes immer als sehr schön, begehrenswert, sexy und Bodygoals dargestellt. Ich habe früher als kleines Mädel immer sehr gern ein Spiel gespielt, in dem ich die Möglichkeit hatte, Mädels anzukleiden. Und heute fällt mir auf, da konnte man halt sogar die Maße ablesen und das Gewicht. Und eigentlich war das Spiel, glaube ich, ursprünglich für eine ganz andere Zielgruppe. Aber mir hat es Spaß gemacht. Außerdem ist mir aufgefallen, dass Frauen mit einer kleinen Oberweite in einigen Videospielen oder auch Animes immer als kindlich dargestellt worden sind. Unsexy. Und da gab es... Sorry, aber wer schaut sich das so an? Wirklich. I don't know. Beispielsweise bei Doki Doki Lecture Club auch eine Szene, in dem quasi gerade das Mädel mit der kleinen Oberweite dafür aufgezogen worden ist. Es ist also durchaus verletzend als Frau, sich ständig wegen seiner Oberweite aufziehen lassen zu müssen. Sei es, man ist ein Flachland oder eben eine Monstertitte. Ähnliches... Ist es aber nicht... Also, ich habe das Gefühl, es wird besser, oder? Aber ich weiß es natürlich nicht. Ich bin keine Frau, ich bekomme die Kommentare nicht. Aber ich habe das Gefühl, es wird besser, dass Männer nicht mehr so viel juckt nach der Pubertät. Das Problem haben wahrscheinlich einige Männer, die oftmals wegen ihres Gemächts geärgert werden. Aber nicht nur in... Das Problem... Dass der Unterschied ist halt nur, dass du bei Männern nicht die Kommentare bekommst, wenn du einen kleineren... Ein kleineres Gelieb hast als Mann, dann bekommst du die Kommentare nicht halt von anderen Menschen in der Öffentlichkeit. Brüste kannst du nicht so gut verstecken. Äh, andersrum... Ja doch, Brüste kannst du nicht so gut verstecken wie das andere bei Männern. Aber es hittet natürlich doppelt so krass, wenn du dann mit einer Frau oder einem Mann intim bist und dann sich drüber lustig gemacht wird. Dann, glaube ich, ist es komplett vorbei bei dir. Und bei Frauen ist es eher nicht der Fall. Weil man das vorher schon weiß. Spielen oder Animes wurden schlanke Frauen mit überproportional großen Brüsten gefeiert. Auch Pamela Anderson bei Baywatch war damals eine Ikone. Dass also all diese Einflüsse eine Auswirkung haben können auf den Wunsch zu einer größeren Brust ist also ein Leuchten. Machen wir doch keine Angst mit meinen 2 cm. Ich sage, alles ab 0,1 cm ist gut. Als ich 9 oder so war Playboy Mansion geguckt auf E-Entertainment. Das ist natürlich... Mich hat das so 100% beim Versicherung. Ich wusste immer, ich will blonde Haare haben, ich bin Brünette von der Tors. Und egal was komme mit 18, ich will keinen Führerschein, ich will große Brüste haben. Und da wundert es einen, glaube ich, nicht, dass... Ist das krank, Alter. ...sehr viele Frauen mit ihrer Brust unzufrieden sind. Und das Ganze beruht übrigens auf dieser Studie, die verlinke ich euch mal unten. Wer es jemand Lust hat, kann er sich das gerne mal alles reinziehen. Und heute werden wir natürlich am meisten von unseren Social Media Stars oder Influencern beeinflusst. Nachdem ich mich also weiterhin von diesem Content habe berieseln lassen, kam der Wunsch immer mehr auf, mir die Brüste zu vergrößern. Eine weitere Ursache, warum ich mit meiner Brust nicht mehr zufrieden war, war vor allem, da meine erste Beziehung, was aus heutiger Sicht total lächerlich ist, mich für eine Frau verlassen hat, die bekannt dafür war, überdurchschnittlich große Brüste zu haben. Und jung und dumm, wie man damals ist, bezieht man das natürlich nur darauf. Und deswegen habe ich in dieser Zeit auch Frauen mit einer natürlichen großen Oberweite... Das ist übrigens bei Männern, ich spreche halt jetzt viel aus männlicher Sicht, nicht weil ich hier halt die Probleme absprechen will oder so, 100% null. Aber ist halt meine Sicht, weil ich ein Mann bin. Aber das ist bei Männern oft so, wenn sie halt verlassen werden für einen anderen Typen, der zum Beispiel durchtrainiert ist, dann wird ins Gym gegangen, da wird aufs Aussehen geachtet, dann wird, weißt du, zum Beispiel, wenn ihr denkt, ihr wurdet wegen dem Aussehen verlassen, was viele denken, auch wenn es nicht der Fall ist, dann wird halt extrem darauf geachtet, Gym, bessere Mode, bessere Friseur und so. Also, ja. Generell als Feindbild gesehen. Für mich kam damals aber eine Brustvergrößerung mit Eigenfett noch nicht in Frage. Und da ich mir sowieso schon genug Hyaluronsäure ins Gesicht geknallt habe, dachte ich mir, warum gibt es das eigentlich nicht für Brüste? Und natürlich gab es das auch für Brüste. Wir sprechen hier von Makrolane, was heute überhaupt nicht mehr angeboten wird. Und auch hier wurde mir der gleiche Quatsch wie damals erzählt, dass man sich das Ganze einfach nur injiziert und nach drei Jahren baut es sich wieder ganz natürlich ab. Deswegen dachte ich, wenn es nach drei Jahren wieder rückgängig geht, dann kann ich es ja wieder neu auffüllen oder ich lasse es natürlich. War natürlich nicht der Fall. Und man muss vor allem dazu sagen, dass Makrolane heute gar nicht mehr erlaubt ist und der Arzt, der es mir damals injiziert hat, meinte, alles unproblematisch baut sich wieder ab, überhaupt nicht gefährlich, bietet das Ganze heute selber nicht mehr an. Außerdem war diese Behandlung absolut... Ja, da hat er wohl Scheiße gelabert oder er wusste es zu dem Zeitpunkt nicht besser, aber da hat er ja trotzdem Scheiße gelabert. ...so teuer. Ich glaube, ich habe damals 5000 Euro gezahlt für ein Ergebnis, was nur minimal zu sehen war und bei dem mir versprochen worden ist, es bildet sich auch wieder zurück. Absoluter Bullshit. Würde ich nie wieder tun. Als ich dann anschließend nach einer starken Gewichtsabnahme auch weiterhin sehr viel Brust verloren habe, was ja normal ist, kam der Wunsch mehr und mehr nach einer Brustvergrößerung auf. Da ich aber keine Implantate wollte, nachdem ich jetzt schon irgendwelches künstliches Zeug drin hatte, entschied ich mich für die Brustvergrößerung mit Eigenfett. Doch wo Eigenfett her... Warte, warte, ich habe Knowledge, ich habe Knowledge, lasst mich überlegen. Eigenfett ist das Problem. Der Körper nimmt es nicht an eventuell oder so? Ach, keine Ahnung. ...wenn man eigentlich eh schon sehr schlank ist. Natürlich von einer besonderen Stelle und zwar meinen Po, der nun nie wieder so ist, wie er mal war. Vorteile hieran sind, man hat halt keine großen Narben oder muss irgendwas aufschneiden und es wird vor allem auch bei Größenunterschiede eingesetzt, was ja mir vor allem wichtig war. Ich musste also ordentlich zunehmen vor der OP. Ich habe, glaube ich, nicht viel geschafft. Ich glaube maximal drei Kilo. Anschließend wurde dann Fett entnommen in die Brüste. Warum hat sie dann Dings an dem Hals... ...injiziert? Die waren mir anfangs viel zu groß. Zum Glück ist es nicht so geblieben. Die Sache ist, dass bei einer Brustvergrößerung mit Eigenfettgewebe oftmals, es hängt von der Person ab, nur ein Drittel übrig bleibt. Das heißt, es kann sehr schöne Ergebnisse geben, aber es wird oft geraten, dass man mehrere Operationen durchführt und das war mir nach der ersten einfach schon zu dumm. Aber die Brüste sind ja unabhängig voneinander, oder? Das heißt, es könnte auch bei der einen einfach alles drinbleiben, bei der anderen zwei Drittel rausgehen, oder? Das wäre ja wirklich maximal belastend. Danach drei, vier Monate neben einem BH ständig eine Kompressionshose tragen. Ich durfte superlang keinen Sport machen. Das Ergebnis, vorher, nachher, ist natürlich je nachdem, wie ich zunehme, mal größer und mal weniger. Und wie ich schon vorhin erwähnt habe, ich habe jetzt zwar keine Asymmetrie mehr und habe minimal größere Brüste, aber mein Hintern wird nie wieder derselbe sein. Und deswegen sage ich euch immer, wenn ihr etwas auch nicht machen lasst und etwas in euren Augen verschönert, kann es euch aber auch woanders wieder etwas nehmen. Deswegen sehen auch oftmals Operationen in den ersten zwei, drei, vier Jahren toll aus. Über die Jahre hinweg verändert sich das aber alles. Denn ich hatte immer einen superschönen, runden Po und man musste natürlich von oben vom Po auch was wegnehmen. Also ich kann halt Brustoperationen voll verstehen. Zum Beispiel, wenn man halt so zwei, drei Kinder rausgepresst hat, dass man dann halt, und dann zum Beispiel sehr, sehr hängende Brüste hat mit sehr viel Haut und so, da kann ich es voll verstehen, wenn man da die straffen lässt und die Haut wegmachen lässt. Natürlich muss man das nicht machen. Jeder sieht wunderbar aus, wie er ist. Ich sage nur, ich kann es da verstehen. Ich kann auch verstehen, wenn man sich Brüste kleiner macht oder irgendwie sowas. Aber ich muss sagen, ich finde es lost, wenn so 18-, 19-, 20-jährige Mädchen aus dem Social-Media-Wahn heraus sich die Brüste da direkt vergrößern lassen. Und ich finde es dann auch ziemlich, ja, schwierig vom Arzt, wenn der sowas dann durchzieht. Ich mag meinen Po immer noch. Ich habe aber jetzt eine ordentliche Delle, die ich davor nicht hatte. Die werde ich auch nicht durch Sport wegkriegen. Und auch als ich das dem Arzt erzählt habe und die Vor- und Nachher-Bilder angeschaut habe, meinte er, nein, das war davor auch schon so. Nein, war es nicht. Aber ich habe gedacht, gut, ich bin selber schuld und muss damit jetzt leben. Aber deswegen möchte ich euch auch unbedingt davon abraten, Dinge schnell, schnell zu machen und euch dessen bewusst zu sein. Es kann immer etwas schief gehen. Und natürlich werden sich jetzt einige von euch fragen, warum hast du dann nicht direkt Implantate genutzt? Ich wollte einfach nach meiner Makrolane-Behandlung, nach dieser Hyaluronsäure, nicht noch einen Fremdkörper in den Brüsten haben. Aber auch zum Thema Implantate habe ich sehr viele Meinungen gehört. Denn die einen lieben es. Ich muss sagen, ich bin zufrieden mit meinen Implantaten. Und die anderen bereuen es. Three days ago, I got my breast implants removed. Manchmal Jahre später und die anderen manchmal direkt danach. Wie zum Beispiel die Fitness-Influencerin KK, die einen extra langen Weg auf sich genommen hat, um mit mir dieses Interview zu führen. Also ich bin, wie gesagt, 35 und bei mir war es immer so, ja, ich hatte halt nicht viel. Aus einer relativ kleinen, brüstigen Familie und mache mein Leben lang Sport. Aus einer kleinen, brüstigen Familie. Nicht so viel. Aber ehrlich gesagt, ich mochte meine Brüste und es war völlig fein. Man hat mal darüber gesprochen, würdest du mal Brüste operieren lassen? Und ich habe eigentlich immer gesagt, nee, eigentlich nicht. 2022 habe ich dann auch Freundinnen kennengelernt, die das haben machen lassen und die offensichtlich für mich, für meinen Geschmack, schöne Brüste hatten. Und mega happy damit waren. So fing das an. Ich hatte dann auch einen Tag, wo ich dann irgendwie, ich glaube, es war vor, von einem Thailand-Trip, habe ich dann auch nochmal geshoppt und dies und das angehabt und dann auch gedacht, ey, nichts, was ich gerade anziehe, irgendwie sieht alles kacke aus. Obwohl ich ja eigentlich happy damit war. Ich habe mich da quasi so reingesteigert, nachdem ich dann diesen Kontakt... Boah, ich kenne mich halt gar nicht aus. Angenommen, ihr kauft euch ein Kleid. Ja, angenommen, ihr seid jetzt eine Frau und kauft euch ein Kleid. Ein Sommerkleid. Ein Abendkleid. Wir nehmen Abendkleid. Gibt es dann Probleme, wenn man sehr große Brüste hat oder sehr kleine Brüste oder gibt es da verschiedene Größen, die dann immer passen? Angenommen, ihr seid 1,80 Meter, habt aber nur 65 A. Habt ihr dann Probleme, ein Kleid zu finden? Oder ist das scheißegal? Wäre super, wenn ihr da mal, wenn die Frauen hier mal was reinschreiben. Es gibt beides, es kommt aus Kleid an. Okay. Er hatte, ist da irgendwie so ein Startschuss gesetzt worden. Das macht schon Probleme. Wir hatten zwei Beratungstermine. Ja, ob wir es im Antikleider werden nur für kleine Brüste gemacht, manchmal für große. Ach so, okay. Ich habe einen Arzt gemacht, dann auf einmal für mich entschieden, ich möchte das. Obwohl es eigentlich bei mir eher so war, also ich mochte meine Form, ich mochte die Größe, wie ihr schon vorhin gehört habt. Ich wollte ja gar nicht unbedingt eine Riesenbrüste haben. Ja, aber er hat dann tatsächlich gesagt, ich habe nächste Woche noch einen Termin frei. Knurr ist so nice, ist ja echt fette Filme gefahren, aber er ist ja zu offen damit und auch echt bass. Ja, safe. Ist immer gut, wenn man halt aus seinen eigenen Fehlern lernt, erste Sache, und die dann auch weitergibt, um halt andere davor zu bewahren oder wenigstens halt so mal, weißt du, so einen kleinen Denkanstoß zu geben, ist immer gut. What? Und so kam es dann, dass ich das irgendwie komplett überstürzt habe. Ich hatte 295 Milliliter. Aber der Trend geht ja schon zu 400, 500, gell? Boah. Das ist schon viel, ne? Wow. Krass, mir war es viel zu viel. Was hattest du dann für ein Körbchen? C, oder? Ich denke mal ein volles C auf jeden Fall. Jetzt habe ich ein kleines B. Ja. Als ich dann diese Dinger, diese Riesendinger da drin hatte, für mich riesig, für andere war es total objektiv zu meinem Körpertyp gepasst, habe ich für mich erkannt, nee, ich möchte keinen großen Brüste. Wenn ich mir dann vorgestellt habe, dass ich eventuell irgendwann schwanger werden würde und dann wachsen die durch Milcheinschuss oder so dann auch nochmal mit, nee, wo soll das denn enden? Für mich ist das Ding erst mal durch. Ich habe gar keine Connection zu mir aufbauen können, wegen diesen Brüsten. Das war völlig fremd. Und jetzt zum Nachgang habe ich einfach... Aber gibt es eine Möglichkeit, das vorher rauszufinden? Gibt es irgendwie so fake größere Brüste oder so? Gibt es da irgendwie was, wisst ihr, wie fake Tattoos, die man vorher mal draufkleben kann für zwei Wochen, bis sie wieder abgehen, um zu gucken, ob das passt oder gar nicht? Ähm, ja. Keine Ahnung, wirklich. Ich habe mich da nicht damit beschäftigt. Ich habe wirklich dieses Bauchgefühl überhört und ich hatte so viele Anzeichen, die gesagt haben, nee, mach das nicht, mach das nicht. Ich habe es einfach überhört und jetzt habe ich halt Learning gehabt, mein Geld stand gesetzt und so weiter. Wie viel hat es gekostet? Ich glaube, 8.000. Boah, das ist aber schon viel. Oder 7,5. Ja, krass. Also ich habe jetzt schon Preise gehört, wenn es kostet, das Explantieren teilweise mehr, als das Implantieren. Also du hast dann vier Monate drin und ab wann war für dich so der Punkt jetzt? Alter, 7,5.000 Euro. Das ist krank. Also das ist wirklich heftig viel Geld. Jetzt lasse ich es rückgängig machen. Ich glaube, in den ersten zwei Monaten hat sich bei mir... Vor allem, weil das ja hauptsächlich Menschen sich machen lassen, die nicht ultra viel Geld haben. Weil, ja, also... Verkleinerung um einen Buchstaben kostet 5.000. Ich glaube, es gibt so Silikonsticker, die man draufkleben kann. Oh, okay. Das ist natürlich super. ...gebrannt, dass ich das so nicht lassen kann. Aber ich wusste jetzt noch nicht genau, wie. Gibt es Frauen, die es rausnehmen haben lassen? Gibt es? Ich habe mich da wirklich rumundämlich gesucht und habe dann wirklich auch Frauen gefunden, die es auch rückgängig gemacht haben. Und mit denen habe ich mich auch auseinandergesetzt und die haben mir Mut zugesprochen und denen ging es genauso und haben sich auch verkleidet gefühlt. Und dann fing es bei mir halt so an, dass ich davon weggekommen bin, kleiner zu ganz raus, weil du warst ja vorher eigentlich happy. Warum hast du es überhaupt machen lassen? Ja, genau. Und was würdest du zum Beispiel jetzt raten, wenn du zum Beispiel jetzt sagen würdest, da ist jemand, der überlegt sich das? Was wären so deine Tipps? Also, erst mal würde ich viel früher anfangen, also bei dem Konsum von Social Media. Wem folgt ihr? Wer tut euch vielleicht nicht gut? Wer drängt euch vielleicht in eine Richtung, die ihr gar nicht wollt? Eltern kommen da nochmal davor. Die Eltern müssen schon sagen, hier, pass mal auf, deine Brust ist ganz normal, die sieht gut aus und so, alles super. Das, was ihr da im Internet seht, ist alles fake. Da fängt es schon an. Das heißt, wenn ihr mal ein Kind bekommt oder schon eins habt oder zwei oder drei oder vier oder fünf, dann sagt ihr das bitte. Ihr könnt auch diesen Clip zeigen. Hallo, liebe Kinder, das, was ihr im Internet seht, ist nicht die Wahrheit. Eure Brüste, die ihr bekommen, werdet oder gerade habt, sehen super so aus, wie sie sind und sind ganz, ganz normal. Das habe ich nämlich für mich festgestellt, dass ich da auch ganz vielen Frauen gefolgt bin oder die mir angezeigt worden sind, mit denen ich mich gar nicht identifizieren konnte. Wer will dich als Beispiel nehmen? Jeder. Und dann auch wirklich mal, ist es wirklich das, was ihr wollt? Oder kommt es halt von außen? In Korea ist das Ganze noch 10 mal krasse, da kriegen die Kinder OPs als Geschenk zum 18. Geburtstag. Ist es da nicht auch, dass die Leute, dass die sich die Augen so weiten lassen, weil da so, ist Schlitzaugen racist? Augen in Schlitzform als hässlich gelten. Und wenn ihr es wirklich wollt, wenn sich dieser Gedanke über Jahre zieht, dann würde ich sagen, mehrere Ärzte aufsuchen natürlich, mehrere Beratungsgespräche und auf jeden Fall Implantate vielleicht sogar mit heimnehmen, in den BH legen, damit rumlaufen. Es gibt aber auch diese BHs, wie gesagt, die haben auch manche Ärzte, wo halt schon diese Polster drin sind. Das ist halt schon sehr nice. Das ist einfach mal zentral. Ihre komplette Geschichte zu diesem Thema findet ihr auf ihrem Kanal. Schaut es euch auf jeden Fall an. 323.000 Follower. Alter. Läuft bei ihr. Ich möchte 2.000 Abos, also gerne mal abonnieren an der Stelle. Mich auch laufen. Vielen, vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Es gibt aber auch Frauen, die erstmal mit ihren Implantaten zufrieden sind und erst nach Jahren später sagen, sie bereuen es. Bestes Beispiel dafür, Kylie Jenner. Aber Generell, alle Schönheits-OPen. Ops? Ist ja auch oft so bei, oder häufiger bei Geschlechtstransformationen, dass das dann wieder zurück versucht wird zu machen. Also man sollte bei jeder OP, die nicht zwanghaft nötig ist, sich genau überlegen, ob man das wirklich will oder nicht. Also vorher überlegen. Auch viele weitere Stars bereuen ihre Implantate und lassen sich diese teilweise rausnehmen. Auch hier Ich hab keinen Plan, wer Kylie Jenner ist. Ist wieder ein deutlicher Trend zu erkennen, denn damals mit dem Curvy-Trend und dem Brazilian Butt Lift kamen auch immer mehr große Implantate zum Einsatz, die man jetzt natürlich auch wieder loswerden muss, wenn man wieder skinny sein möchte. Denn ihr wisst ja, der Hairy-In-Shake ist wieder da und da passen große Brüste nicht so ganz. Was ist das? Auch wie Fitness KKK schon gesagt hat, unterschätzen glaube ich viele, wie groß danach ihre Brüste sind und auch diese Frau hier spricht darüber, dass sie ihre Implantate entnommen hat und ihr war gar nicht bewusst, wie groß die Implantate eigentlich tatsächlich waren, die sie drin hatte. Das rückgängig machen der Implantate liegt aber wahrscheinlich nicht nur an dem Trend, Ja, aber du entscheidest das doch vorher oder bin ich dumm? Oder kann man auch so irgendeine Mystery Box bestellen beim Arzt? Ja, mach mal Mystery Box und dann Brustvergrößer und kriegst alles zwischen 100 und 1000 Milliliter da oder was? Also, hey, man bekommt es doch vorher in die Hand gelegt und so, oder nicht? Sondern auch daran, dass viele eben merken, dass es dann doch im Alltag unpraktisch sein kann. Viele sprachen davon, dass es wäre, als würde ein Elefant auf ihrer Brust sitzen. Manche merken, es passen keine Klamotten mehr, sie hatten Rückenschmerzen, also es gibt viele Gründe, warum Frauen sich die Implantate rausnehmen lassen. Natürlich möchte ich Brustvergrößerung mit Implantaten nicht verteufeln. Brustgrößergewürfel, du gehst doch zum Arzt. Okay. Eine 1 sind 100, eine 2 sind 200, eine 3 sind 300, eine 4 sind 400, eine 5 sind 500, eine 6 sind 600 und falls es ihnen nicht gefällt und sie nochmal würfeln wollen, einfach noch ein Tausender drauflegen, ist kein Problem. Würfeln, denn ich kenne genug Beispiele in meinem Umfeld, die dadurch sehr viel Selbstbetrauen und Selbstbewusstsein bekommen haben, wie zum Beispiel die Streamerin Sorry, Mattea. Ich habe mir die Brüsse machen lassen mit 19 Jahren. Das heißt, es ist schon eine Weile her, es ist fast 10 Jahre her, ich bin 27 und ich war sehr jung, als ich meine Brüste abmachen lassen. Viel zu jung, um sich eigentlich über sowas Gedanken zu machen und wurde durch äußere Einflüsse, durch die Schule, durch Schulkameraden, durch andere Leute einfach darauf aufmerksam gemacht, auf ziemlich diese Art und Weise, dass meine Oberweite kleiner ist als die der anderen und dadurch habe ich relativ schnell ein Komplex entwickelt. Ich habe dann mit 16 Jahren das erste Mal Kinder in der Pubertät sind solche Wichser, sage ich ehrlich. Das erste Mal ein YouTube, bitte nicht entmonetarisieren, ich brauche dringend Geld. Danke. Ich habe ein Beratungsgespräch gehabt bei einem Schönheitschirurgen, habe mich darüber informieren lassen, wie die Operation abläuft und was für verschiedene Techniken es gibt, also sei es die Einschnittstelle oder die Implantatsform oder ob es unter oder über dem Brustmuskel gelegt wird und da hat der Schönheitschirurg mir dann auch angeboten, dass wir auch gleich einen Termin zur OP ausmachen können, was ich heftig fand, weil ich halt 16 war und ich kann euch auch nur raten, wenn ihr gerade jung seid und ihr habt vielleicht sogar Komplexe. Ab wann ist eine Schönheitsoperation möglich? Unter 18? mit Erlaubnis der Eltern sagt mir bitte, das ist Cap. Bitte. Und fühlt euch nicht so wohl in eurem Körper. Heilige Scheiße. Wartet ab, weil erstens der Körper verändert sich in der Jugend noch. Bis 21. Bis ins Erwachsenenalter. Mein Körper hat sich noch verändert bis über 18. Also bis nicht über 18 war, hat mein Körper sich noch verändert. Man wächst bis 21, ja unter 18 geht. Ach du Scheiße. Mein Mindset auch. Ich wurde viel selbstbewusster, je älter ich wurde. Das ist sehr seftisch. Problemzonen, wenn man sie so nennen mag, wenn man das so kann, sind auch längst keine mehr. Ich bin zufrieden mit der Entscheidung, einfach auch weil alles gut gelaufen ist. Ich hatte weder Komplikationen bei der Narkose noch danach. Wobei, jein, also es sind schon Komplikationen aufgetreten, aber mit denen kann ich leben. Meine Brüste sind teilweise taub. Also ich habe vorhin schon gesprochen. Ich führe teilweise gewisse Stellen an meinen Brüsten nicht mehr. Wenn ich drüber fahre, es fühlt sich so an, als würde man über so einen eingeschlafenen Fuß oder generell ein eingeschlafenes No joke, das Gleiche ist in meinem Knie. Eins zu eins. Das Körperstück drüber fahren. No joke, ja. Daran habe ich mich mittlerweile gewöhnt. Ich glaube, also um das jetzt mal ganz direkt zu sagen, ich glaube, es gibt, also Hauptsache, es sind nicht, also eine Stelle an der Brust ist jetzt nicht taub. Der Rest ist zwar scheiße, aber kann man irgendwie sich mit anfreunden, auch wenn es natürlich schlecht ist. Ich weiß aber, dass es die ersten Jahre ein sehr unangenehmes Gefühl für mich war. Und generell, es gibt Teile an meinen Brüsten, die sind sehr empfindlich. Es gibt teilweise Stellen an meinen Brüsten, die sind sehr unempfindlich beziehungsweise die spüre ich gar nicht mehr. Man hat natürlich auch Narben dadurch. Das muss man, dem muss man sich auch klar sein. Und es ist teilweise unangenehm, auf dem Bauch zu liegen. Das heißt, ich würde niemandem raten, sich einfach nur mal so die Brüste machen zu lassen, weil man gerade Lust hat oder weil es der neue Trend ist, weil das da alles so verharmlost wird. Es sind wirklich Einschränkungen, mit denen man leben muss. Und ich kenne auch Leute, die sich die Brüste wieder rausnehmen haben lassen. Ich kann euch nur empfehlen, informiert euch, lasst euch beraten, redet mit der Familie auch drüber. Das war so mein Beitrag dazu. Falls noch irgendwelche Fragen entstehen, könnt ihr die auch gerne in die Kommentare schreiben. Dann schaue ich, vielleicht kann ich da auch noch mal das ein oder andere beantworten. So, macht's gut. Danke, Zoe. In meiner Recherche, die jetzt schon ein paar Monate geht, wurde ich von mehreren Seiten angeschrieben. Das ist, muss man erkennen, so eine Streamerin. Und auf ein Thema aufmerksam gemacht, und zwar der Breast Implant Illness. Es gibt sehr viele Gruppen, in denen sich Frauen darüber austauschen, dass sie nach ihrer Vergrößerung der Brüste extreme gesundheitliche Probleme hatten. There's a group on Facebook called Breast Implant Healing and Illness by Nicole. There's almost 200,000 women on there that have testimonials, before and afters are insane, all the inflammation in their face, all these autoimmune issues, everything. I got my implants removed because I've been dealing with breast implant illness. In a couple of months I got diagnosed with Hashimoto's, hypothyroid, fibromyalgia, and a possible lupus diagnosis. I didn't go back for the rest of the blood work because I mentally couldn't handle it. Aber geht's wieder zurück, wenn die Implantate wieder raus sind, oder nicht? Ich hätte auch Angst, dass das Implantate hat Platz oder so, aber angenommen, ein böser Räuber kommt mit einer Pistole, ich glaube, so sieht auch eine Pistole aus, wer kennt sie nicht? Ja, man hält auch Pistole hier so wie so ein Gewehrlauf. Andere kommt mit einer Pistole so und schießt euch ab und ihr steht so und die Kugel fliegt ins 700 Milliliter Implantat. Hä? Was dann? Was dann? Dann seid ihr glücklich. Implant Illness ist noch keine anerkannte Krankheit. Es ist aber ein Krankheitsbild, das oft mit dem Vergrößern der Brüste durch Silikon assoziiert wird. Die Symptome sind folgende. Chronische Müdigkeit, Schlafstörung, Gelenkschmerzen, Herzrasen, Vergesslichkeit, Konzentrationsstörung, Haarausfall, Sehstörung, Migräne, Haarausfall, okay, ich mach mir keinen, ich hab schon schlimm genug Haarausfall. Muskelschwäche, Taubheitsgefühl, Nachtschweiß, Übelkeit, Hautausschlag und weitere. Jetzt ist gar nicht mal so geil an, Real Talk. Das Ganze kann bis zu Autoimmunerkrankungen und rheumatische Beschwerden gehen. Viele Frauen haben auch erst Jahre später Probleme nach der Brustvergrößerung. Deswegen ist es oft schwer für die Ärzte, das Ganze zu diagnostizieren. Das Ganze kann man dann natürlich erst feststellen, wenn man die Implantate entnimmt. Auch Autoimmunerkrankungen, die dann eventuell durch die Brustimplantate ausgelöst worden sind, können auch nach der Entnahme noch bleiben. Außerdem fanden Ärzte heraus, dass es nämlich Brustimplantate von Allergan gegeben hat, die heute nicht mehr zulässig sind, da sie mit einem bestimmten Lymphdrüsenkrebs in Verbindung gebracht worden sind. Das Ganze nannte man auch Breast Implant Large Cell Lymphoma. Ich finde das Ganze schon echt gruselig. Vielleicht habt ihr ja auch Erfahrungen zu dem Ganzen. Man könnte jetzt also langsam den Eindruck bekommen, dass irgendwie alle Frauen nur große Brüste haben wollen und alle Frauen, die große Brüste haben, sollen sich doch gefährlichst glücklich schätzen. Meine Mutter zum Beispiel hatte sehr, sehr, sehr große, natürliche Brüste und sie hat sich immer gewünscht, dass wir als ihre Töchter das Ganze nicht erben, denn sie hat genau die gleichen Beschwerden wie diese Dame hier. Rückenschmerzen? Äh... Probleme beim Sport? Was fällt mir noch ein? Was haben wir noch für Probleme mit großen Brüsten? Das sind jetzt so die zwei Hauptdinge, die mir einfallen. Und das alles wegen der Optik für die Männer? Ja... Weiß ich nicht. Nicht nur. Juselang für ein Follow. Ich glaube auch, dass viele Frauen das wegen anderen Frauen machen. Also, dass es diese Competition zwischen den Frauen gibt. Dass jeder sozusagen, dass man sich gegenseitig so ein bisschen battelt, dass man sich gegenseitig fertig macht, wenn Frauen eine kleine Brüste haben oder zu große und so. Also, ich glaube, das ist fast noch über diesem Männerding. Also, kann ich mir zumindest vorstellen. Ja. Schulterschmerzen? Rückenschmerzen? Sehr viel zufrieden. Find a bra size that fit? Okay. Wenn man rennt, einfach Brüste im Gesicht. Ja, Mann. Das sehe ich manchmal und das tut mir übel leid. No joke. Also, das würde mich am meisten stören, glaube ich, weil das ist... Alter. Ich habe noch nie gehört, dass das Thema war unter Frauen. Und, boah, eine Klasse damals. Safe, safe. Also, bei mir auf jeden Fall. Auch die liebe Anna hat das gleiche Problem seit ihrer Jugend und leidet unter ihren großen Brüsten. Ich kann zum Beispiel keine BHs in einem C&A shoppen oder in einem H&M, auch wenn man das denn wollen würde. Also, die wenigsten Marken, die wirklich hochwertige Unterwäsche machen oder die günstig zu haben ist oder in jeder Shopping Mall zu haben ist, kann ich nicht shoppen. Ich kaufe nur noch bei einer Marke ein und die hat ein eigenes Größenmodell. Aber ich glaube, es müsste so 85E sein. Vielleicht F, je nach Modell müsste das ungefähr rauskommen. Das ist, glaube ich, relativ viel vom Ding her. A, B, C, D. Also, für mich geht es nur bis D. Ich habe noch nie eine getroffen, die Höhe hatte. Ähm, E, 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 F. Weis ich nicht. Also das stelle ich mir schon echt unangenehm vor, sage ich ehrlich. Das einzige Mal, dass ich mich so richtig intensiv damit beschäftigt habe, ob ich ne Brustverkleinerung, ob das für mich infrage käme, war, als ich in so einen TikTok-Algorithmus reingerutscht bin, wo Leute davon berichtet haben, wie es vorher ... Hab, G. I'm sorry for that Ich meine, jede die Größe wurde gegeben, weil sie zu dir passen soll, du solltest diese Größe haben das gehört zu dir, aber I'm sorry for Probleme, die du dir hast, meine ich Das hat mich schon berührt, weil ich mich mit vielen Problemen identifiziert habe, die bei mir natürlich bei weitem nicht so schlimm sind, wie es bei manchen sind, viele klagen ja über Rückenschmerzen ich neige zwar auch zu Rückenschmerzen aber das ist nicht so intensiv wie das bei Frauen ist, mit einer noch deutlich größeren Oberweite, dann fand ich es schon immer belastend, dass bestimmte Sachen einfach für mich nicht möglich sind Ich kann einfach kein trägerloses Shirt tragen ich kann kein trägerloses Kleid anziehen und das ist in Ordnung, das ist jetzt nicht das einschneidendste auf der Welt, aber das hat mich schon so ein bisschen zum Grübel gebracht Ich trage zu Hause nie normale BHs, es sind immer Sport-BHs, wenn überhaupt, je nach Mut, aber sobald ich ne Stunde oder zwei einen BH trage und ich trage schon speziell für meine Größe, wo ich auch ausgemessen wurde, kriege ich Schwierigkeiten selbst bei wirklich, selbst bei den besten BHs es ist einfach ein krasses Gewicht, was diese BHs tragen müssen es ist einfach schwer und ich kann nie einen BH ausziehen ohne dass ich Stellen habe, die rot sind, natürlich geht das dann irgendwie nach einer halben Stunde weg, aber es ist jedes Mal, wenn ich einen BH anziehe das heißt jedes Mal, wenn ich nach draußen gehe, weil ohne geht es auch nicht, das tut auch weh habe ich in irgendeiner Form Schmerzen wenn auch nur leicht was genau tut da weh, die Frauen mit großen Brüsten, was, also ich weiß es einfach nicht, deswegen frage ich, was genau, wie fühlt sich es an, wenn ihr ohne BH rausgeht, wo tut es weh, warum tut es weh, das würde mich ernst mal interessieren es ist krass, wenn man drüber nachdenkt wie viele Leute und hat es auch was damit zu tun, dass man quasi daran gewöhnt ist, immer einen BH anzuhaben und es deswegen ungewohnt und schmerzhaft sein kann wenn man das dann mal nicht macht unzufrieden mit sich selbst und auch was für verschiedene Möglichkeiten es eigentlich so gibt, unzufrieden mit sich selbst zu sein der Bügel unter der Brust drückt ich störe mich daran, wie schwer aber ich meine, wenn du den nicht hast quasi, wenn du ohne BH rausgehst und wie groß meine Brüste sind ein anderer hat gar keine und wünschte sich nichts anderes als hätte er meine Größe aber man stellt sich was vor und kann sich da nicht hineinversetzen und wenn ich mir vorstelle, dass ich hier irgendwie halbe Liter unter meinem Shirt verstecken müsste ich glaube, den Leuten ist nicht so richtig bewusst auf wie vielen Ebenen das eigentlich was mit einem macht, ja auch worüber wir ja noch nicht gesprochen haben, ist die Sexualisierung also für viele ist ab einer gewissen Größe kannst du fast gar nicht mehr anders gesehen werden als für deine großen Brüste also ich hatte eine Klassenkameradin in der Schule die hatte schon sehr früh wirklich sehr, sehr große Brüste also wir sprechen hier von, boah, ich glaube F, G also es war auf jeden Fall fast keine konventionelle Größe mehr es war wirklich riesig auf einem sehr zierlichen Körper und die wurde von allen nur reduziert darauf also ich glaube ja, das habe ich auch übel oft gesehen dass sowas passiert also bei mir ist es einfach wenn die sich ohne BH bewegen dann zieht es einfach sehr und tut unangenehm deswegen weh aber vielleicht, wenn man nie einen BH gehabt hätte ich glaube, dann kann das eigentlich nicht wehtun weil wie dumm wäre das also ihr müsst euch ja vorstellen das ist ja von der Natur so gegeben dass Frauen Brüste haben in verschiedenen Größen warum sollte er so große Brüste zulassen dass die, ähm, dass sie bei jedem Schritt wehtun also ich wette, das ist durch die Menschen durch den BH, durch das ganze Schützen und so ähm, so gemacht also hättest du seit Geburt keinen BH gehabt und sonst irgendwas und hättest dich dran gewöhnt dann halt würde es safe nicht wehtun auch nach einer Woche BH Bruder, ich sag hier Lebenssang du sagst eine Woche man muss sich wirklich intensiv damit auseinandersetzen egal in welche Richtung ob man weniger haben will oder mehr ja, gerade bei, wenn man sich was implantieren lässt man weiß nicht wie der Körper darauf reagiert man weiß nicht wie man selber auch mental darauf reagiert Fremdkörper in der Brust zu haben mit denen dich auseinandersetzen musst so ich versuche die Makel an mir als etwas zu sehen was halt zu mir gehört und was mich zu dem macht was ich am Ende bin und das sind halt auch meine großen Hängetitten aber mein persönliches Ziel ist es lieber damit zurecht zu kommen als mir zu überlegen wie ich das möglichst schnell operativ entfernen lassen kann aber das ist am Ende nicht für jeden möglich deswegen ja Anna, vielen, vielen Dank und auch nochmal für die schönen Worte am Ende dass man es auch einfach so annimmt denn so sind wir und so sind wir einzigartig die wurde übel unterbrochen sie wollte aber sein noch weiter reden und nur hat sie einfach ihr den Redehahn zugedreht und ich kann auch von mir aus sagen alles was ich irgendwie an mir hab versucht zu ändern hat am Ende irgendwas anderes gekostet was mir danach nicht mehr so gefallen hat auch wenn die andere Sache in dem Moment mir besser gefallen hat danke Anna gerne in meinem Bekanntenkreis hat sich eine Dame die Brüste dank einer Krankenkasse auch verkleinern können da die bei ihr sehr sehr groß geworden sind bereits mit 16 hatte sie schon extreme Rückenschmerzen und das Ganze kann man sich von einem Arzt diagnostizieren lassen und attestieren lassen und dann werden die Kosten auch von einer Krankenkasse übernommen auch wenn eine extreme Asymmetrie besteht ist es möglich auch nur eine Seite zu vergrößern oder zu verkleinern es gibt allerdings keine Übernahme wenn man sich selbst die Brüste hat vergrößern lassen und sie anschließend kleiner möchte das muss man dann selber zahlen zu Recht auch meine Recherche und vor allem auch durch das Gespräch mit dem plastischen Chirurg wurde mir bewusst wie wunderschön eigentlich plastische Chirurgie sein kann ich habe super tolle Ergebnisse gesehen von sehr großen Brüsten die danach toll gestrafft worden sind die Frauen ein neues Lebensgefühl geben ich habe Frauen gesehen die beide Brüste verloren haben wegen Krebs die danach wieder tolle Brüste bekommen haben indem man quasi Hautlappen entnommen hat und sie oben eingesetzt hat die Ergebnisse sind wow und ganz viele Operationen das also das wirklich Respekt an jeden Arzt der sowas macht ich glaube das ist life changing für diese Frauen von Transmenschen denen man auch ein neues Lebensgefühl so wieder schenken konnte das heißt also plastische Chirurgie ist sehr wichtig und kann vielen Menschen zu einem also falls ihr gerade 18, 19, 20, 21, 22 seid und ich denke ich weiß nicht was ich mit meinem Leben machen soll werdet einfach Schönheitschirurg und rettet Frauen ihr Leben ihr müsst ja nur ein paar Jahre studieren passt Leben verhelfen man sollte sich aber immer bewusst sein dass man alte Ergebnisse nie wieder so hinbekommen kann wie sie waren es gibt noch so viele andere Ursachen warum Frauen unter ihren Brüsten leiden ich habe super viele Nachrichten von euch bekommen die könnt ihr euch mal gerne durchlesen danke an alle die hier mitgemacht haben und sich uns offenbart haben keine Sorge ihr seid alle anonym ich glaube es ist nur wichtig weil sich da sehr viele in vielen Dingen auch wiedererkennen werden ich muss sagen ich bin jetzt sehr erleichtert ich habe euch alles offenbart was jemals an mir gemacht worden ist und was ich habe rückgängig machen lassen was ich auch noch rückgängig machen lassen werde ist auf jeden Fall mein Permanent Makeup an den Augenbrauen das habe ich vor glaube ich 14 Jahren gemacht und Permanent Makeup ist nichts anderes als ein verdammtes Tattoo es wird einfach nur ein anderer Begriff verwendet auch hier werde ich euch mitnehmen und ich muss sagen mein Fazit aus allem ist keine Operation die ich bis jetzt hatte oder Eingriff würde ich so wieder machen ich bin auch absolut keine Verfechterin gegen irgendwelche Eingriffe ich muss auch sagen wenn ich mal irgendwann Kinder habe und mein Kinderwunsch ist abgeschlossen mein Körper sollte sich extrem verändern kann ich mir definitiv vorstellen was machen zu lassen das steht jetzt aber noch in den Sternen ich denke darüber jetzt noch nicht nach aber ich verstehe das mir ist es nur wichtig dass ihr immer versucht sehe ich gerade unter extremen Einfluss von Social Media oder Fernsehen oder sonstigen oder mache ich es weil es mich wirklich stört und ich mich danach selbstbewusster fühlen würde macht das bitte nicht für irgendeine andere Person und mit sehr viel Zeit lasst euch diese Sachen nicht einreden und setzt euch immer mit den Ärzten auseinander und den Langzeitfolgen die so eine Operation mit sich tragen kann ich glaube was uns auch gut tun würde wäre wenn wir uns öfter auch mal nach draußen begeben und andere Menschen anschauen ich hatte beispielsweise erst mit 23 Jahren das erste Mal mit anderen damit man sich dann hübscher fühlt oder was anderen Frauen öffentlich geduscht und das war sehr gut dann habe ich gesehen wie Menschen eigentlich aussehen deswegen schickt eure Kinder auf jeden Fall in Sportvereine ja ganz wichtig weil da duschen sie immer mit anderen zum Beispiel im Basketballverein im Fußballverein da wirst du quasi gezwungen weil dann bist du ein Loser wenn du nicht mit deinem Team duschst denn wir sind alle menschlich und ich hatte immer nur gephotoshoppte Körper gesehen das gleiche gilt auch für die Sauna denn ich glaube dass das immer wieder so was ist wo man merkt hey so schlecht bin ich doch gar nicht ich bin sehr gespannt über deine Meinung zu dem Video ob du dich bei irgendwas identifizierst wie ist ich habe noch nie mit dem Team geduscht dann ist dein Team entweder im Kreisliga C-Team oder trotzdem das ist einfach komisch in der Jugend macht man das auch nicht aber im Erwachsenen immer dein Gedanke zur Operation hattest du welche bereust du es bereust du es nicht leidest du unter zu großen Brüsten oder zu kleinen ich bin sehr sehr gespannt und vor allem was die Männer zu dem ganzen Thema auch sagen und übrigens das hat sie jetzt bei der ganzen Sache vergessen es gibt ja auch Männer mit Brüsten also es gibt ja ich weiß nicht genau wie das heißt aber es gibt ja auch bei Männern kommt es manchmal vor dass eine Brust extrem groß wird also wie eine Frauenbrust ähm und da gilt natürlich auch dass das auf jeden Fall man das gut vertreten kann wenn das operiert wird und dafür werden viele Männer auch gemobbt äh dieses Haben das ist gar nicht so selten und ähm falls ihr sowas bei Männern seht oder auch bei Männern die einfach eine Brustgenetik haben die wenn sie ein bisschen dicker sind einfach auf einmal starke Brüste bekommen macht sich nicht über die lustig Gündo heißt das okay danke ähm und helft denen eher oder ignoriert das einfach komplett weil die haben schon genug äh Selbstwertprobleme äh Güne 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 Mastie oder so ähm danke nur der Achim ja auf jeden Fall wenn ihr sowas seht ich hab's auch schon öfter gesehen dann macht sich nicht drüber lustig und äh die Leute für die gilt natürlich auch das gleiche was so eine Brust-OP angeht und wir sehen uns in den nächsten Videos über einen Daumen nach oben und ich mich sehr freundet okay vielen Dank genug für das Video sehr interessant auch für mich als Mann und wenn euch das ganze gefallen hat dann schaut gerne auf Twitch vorbei lasst ein Like und ein Abo da und ciao es ist generell so komisch dass Menschen nur das Bedürfnis haben die Körper andere zu besprechen das stimmt auf jeden Fall aber ich denke das war schon immer so das wird auch immer so sein